Oma! Nö! Voll blöd! Mega ätzend! Unzufrieden? Verärgert? Gelangweilt? Was stinkt euch so richtig in eurer Schule, in eurem Viertel, eurem Dorf oder in eurer Stadt? Gibt es vielleicht keine Spielplätze? Ist das Freibad geschlossen? Ist der Pausenhof hässlich und langweilig? Überlegt euch, was ihr in eurer Umgebung so schnell wie möglich verändern wollt und erklärt uns dann, was ihr dagegen unternehmen wollt und wie ihr das Problem anpacken werdet. Vielleicht habt ihr in eurer Umgebung sogar schon einmal etwas gemeinsam verändert. Zeigt uns, was bei euch eigentlich nicht stimmt und stellt dann eure Ideen vor, wie ihr das Problem lösen wollt oder wie ihr es schon gelöst habt. Ihr könnt eure Ideen malen, fotografieren oder einen Film drehen. Oma! Die besten Ideen, Kunstwerke und Filme werden mit einer Reise nach Hannover belohnt. Dort besucht ihr den Landtag und den Zoo. Bei einer Preisverleihung in der Uni Göttingen werden alle Siegerinnen und Sieger ausgezeichnet. Monsterklasse! Alle Informationen dazu findet ihr im Internet unter www.kinderdemokratie.de Wir sind gespannt auf eure Ideen. Ja! Musik 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 Musik